Nicht zu hastig, mein Häschen, sonst bekommst du noch Bauchschmerzen. Also ein bisschen mehr solltest du schon essen, findest du nicht? Jetzt können wir noch nicht spielen. Ich weiß, du willst schon losrennen, aber nimm noch drei Bissen. Zwei Bissen. Noch ein Bissen. Nur ein Bissen. Oh, du liebe Güte, ist alles okay? Ist dir vielleicht ein kleines Stückchen Karotte im Hals stecken geblieben? Brauchst du vielleicht Wasser? Du wusstest wegen dieser riesigen schwarzen Rauchwolke. Ich nehme das mal als ein Ja. My Little Pony My Little Pony My Little Pony Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann My Little Pony Doch wann botet ihr die Freundschaft hier an? Abenteuer Schwaches Spiel Und etwas fürs Herz Von allem ganz viel Lieb und freundlich Zueinander sein Und obendrein Gibt Zauberrein Ich bin dran Ich bin von dir Und meine allerbesten Freunde sein Hilfe! 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 Bitte! Hilfe! Da oben ist eine schreckliche Rauchwolke Sie ist auf dem Weg nach... Sei nicht immer so ein ängstliches Pony Ich bin Equestrias zukünftige Rekordhalterin 306, 307 Ich finde, das muss unbedingt gefeiert werden Nein, Pinkie Pie Das ist kein guter Zeitpunkt für eine Feier Sondern ein Zeitpunkt, um schreckliche Einfluss Ich brauch auf jeden Fall Luftballons ein Jedes Pony Tony will! Da ist Rauch Rauch Und wo Rauch ist, gibt auch Feuer und... Paisen Das sind eins, zwei, drei 349, 350, 310 Pinkie Pie Jetzt kann ich wieder neu anfangen Wir werden alle wieder neu anfangen müssen In einem neuen Dorf In unser altes Dorf, nämlich... Hey, Rango Dash, warte mal! Oh, bitte, das ist wirklich ein Notfall Ich brauche jedes Pony... Alle mal herhören! Eine Rauchwolke breitet sich über ganze Equestria aus Das wollte ich äußern, die ganze Zeit Habt keine Angst Ich hab einen Brief von der Prinzessin erhalten Sie schreibt, es gebe nirgendwo ein Feuer Ich bin so erleichtert Ein Drache ist dafür verantwortlich Was in Ponys Namen hat ein ausgewachsener Drache hier in Equestria zu suchen? Er will schlafen Die Prinzessin schreibt, er macht ein Nickerchen Und durch sein Schnarchen entsteht all der Rauch Das hört sich aber gar nicht gesund an Vielleicht sollte er mal einen Arzt aufsuchen Naja, Rauch ist nicht ganz so schrecklich wie vorher Können wir denn irgendwas dagegen unternehmen? Ich sag euch, was wir tun können Ihm in den Hintern treten Nämlich so! Und so! Wir sollen den Drachen ermuntern, sein Nickerchen irgendwo anders zu halten Prinzessin Celestia hat uns diesen Auftrag erteilt Und wir dürfen nicht versagen Schaffen wir es nicht, wird Equestria für die nächsten 100 Jahre in Rauch eingehüllt Na das nenne ich ein Schönheitsschläfchen Okay, aufgepasst Freundinnen Besorgt schnell ein paar Vorräte Wir haben eine sehr lange Reise vor uns In einer Stunde treffen wir uns hier wieder Okay Mädels, ihr habt gehört Equestrias Schicksal liegt in unseren Hufen Seid ihr bereit für diese Mission? Du kannst mir das rechnen Ähm, also ganz ehrlich Oh, ich meine... Schon viel besser Vorwärts! Na dann los! Ähm, vielleicht doch nicht Okay Mädels, hört zu Ich hab die schnellste Route rausgesucht Aber wir werden Tempo vorlegen müssen Um den Berg noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen Mh, ein Berg? Auf dem Gipfel gibt es eine Höhle, in der er schläft Sieht ganz schön kalt aus da oben Darauf kannst du wetten Je höher man kommt, desto kälter wird es Gut, ich hab meinen Schal eingepackt Uh, der ist ja schön Haha, oh ja Der hält dich bestimmt kuschelig warm Ähm, entschuldige Twilight Ich weiß, du bist beschäftigt, aber Aha Oh, wir können auch hier lang gehen Aber wenn du vielleicht eine Sekunde hättest Aha Nein, hier sollten wir nicht lang gehen Also, ähm Ich hab nachgedacht Ähm, vielleicht bleibe ich doch lieber hier in Ponyville Aha Oh, gut, ich bleib dann hier Warte, du musst mitkommen Du kannst gut mit wilden Tieren umgehen Wir brauchen dich Also, ich denke nicht Mach dir keine Sorgen um deine kleinen Freunde Spike wird sich so lange um sie kümmern Auf mich kann man sich verlassen Oh, hey, hey, wartet Ich glaube, er ist ihnen nicht gewachsen, vielleicht Aber, aber Bist du sicher, dass du sie wirklich mitnehmen willst? Flutterschei hat sogar Angst vor ihrem eigenen Schatten Und höchstwahrscheinlich wird sie uns nur aufhalten Ach, sie ist nur ein bisschen nervös Sobald wir unterwegs sind, wird sie sich schon einkriegen Alles klar, Mädels? Auf geht's Aber, aber, nein Wow, was war das denn? So klingt es, wenn ein großer Drache schnarcht Es ist so, so hoch Oh, Flutterschei, das haben Berge so an sich Ich flieg mal hoch und zieh's mir an Nein, das wirst du nicht tun Wenn, dann gehen wir alle zusammen In der Herde sind wir sicherer Na gut, wenn du meinst Ich hab gehört, das Einzige, was noch mehr funkelt Als die Schuppen eines Drachen Sind die Juwelen, aus denen er sein Nest baut Uh, vielleicht läuft alles gut Und ich kann ihn überreden, mir ein paar Juwelen abzugeben Willkommen in meiner Hölle, Rarity Willst du einen Diamanten? Mädels, das ist keine Vergnügungsreise Flutterschei, du kennst dich mit wilden Tieren aus Wie meinst du, wird der Drache auf uns reagieren? Flutterschei? Hey, worauf wartest du noch? Brauchst du eine Einladung? Oh, ich glaub, ich hab eine dabei Es ist, es ist so, so steil Es sind ja auch Felswände Du könntest einfach versuchen, heraufzufliegen Komm schon, Flutterschei, du schaffst es Bewegt deine Flügelchen Oh, okay Wir verlieren einfach zu viel Zeit Was soll das denn? Ich brauch ne Karte, wenn ich Flutterschei Um den Berg rumführen will Ach, um den Berg herumführen? Das wird doch ne Ewigkeit dauern Keine Sorge, Twilight Wir sind in Nullkommanichts da Juhu, ich hab schon wieder gewonnen Und das zum 35. Mal hintereinander Gibst du mir noch eine Revanche? Da sind wir Ich hab gesagt, es wird ne Ewigkeit dauern Na komm schon, Flutterschei Aber es ist so weit Versuch es, Flutterschei Wir sollten schon längst viel weiter sein Du kannst doch einfach rüberspringen Ich... Ach, ich weiß nicht Wieso hast du solche Angst? Du brauchst doch nur zu hüpfen und zu springen Ist doch nicht so weit Du nützt nur ein wenig Schwung Wenn du willst, dann schaffst du es Mit dem Hopp und dem Sprung Dafür haben wir keine Zeit Ein Hopp und ein Sprung Nützt nur ein wenig Schwung Und ein Hopp und ein Sprung Und ein Hopp und ein Sprung Und ein Hopp und ein Hopp und ein Sprung Okay, dann versuche ich es Ein Hopp Das ist es Ja, ein bisschen Hopp Nicht runtersehen Ich hab wohl vergessen zu springen Wir müssen ganz leise sein Hier besteht die Gefahr Eine Lawine auszulösen Der kleinste Pieps Bringt die Steine ins Rollen Ähm, wie bitte eine Lawine? Schst Lawine! Oh nein! Die Steine ins Rollen Nein! 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 Oh nein! Hilfe! Pony, ist alles okay? Danke für deine Hilfe. Juhu! Los, gleich nochmal! Das ist der Grund, warum ein Pony immer Accessoires einpacken sollte. Oh, wo ist das Krönchen, das genau zu diesem Anlass passt? Ich glaube, wir haben größere Probleme, als dass unsere Haarschleifen zu unseren Hufeisen passen. Tut mir leid. Ach, ist doch kein Drama, Zuckerschneuzchen. Ja, wir müssen einfach nur... ...drüberklettern. Oh, entschuldige bitte. War ja nicht deine Schuld. Findest du echt, es war eine gute Idee, Fluttershy mitzunehmen? Wird sich irgendwann herausstellen. Wir sind da. Rainbow Dash, versuch mit den Flügeln den Rauch zu lockern. Mhm. Rarity und Pinkie Pie, ihr versucht den Drachen abzulenken, falls die Sache hier doch zu gefährlich wird. Applejack, du hast die Äpfel, falls er sich entschließt, uns anzugreifen. Doch dazu sollte es nicht kommen, denn Fluttershy wird tun, was nötig ist, um ihn aufzuwecken. Und dann versuchen wir beide, ihm behutsam zu erklären, warum er von hier verschwinden soll. Seid ihr bereit, Freundinnen? Okay, dann gehen wir rein. Also, wie weckt man wohl einen Drachen am besten auf, ohne ihn gleich wütend zu machen? Fluttershy? Oh, komm schon. Na los. Wir haben eine Aufgabe. Komm! Jede Sekunde, die der Drache schläft, bedeutet, dass Equestrian noch weiter von Rauch eingehüllt wird. Ich, ich, ich kann nicht in die Höhle gehen. Hervorragend. Jetzt hat sie auch noch Angst vor Höhlen. Ich habe keine Angst vor Höhlen, sondern vor Nebenwarten. Was hast du gesagt, Süße? Ich habe so schreckliche Angst vor... Was? Vor dem Drachen! Aber Fluttershy, du besitzt die wunderbare Gabe, mit allen Arten von Tieren umzugehen. Ja, außer diese Tiere sind Drachen. Ach, komm schon. Wir haben doch gesehen, wie du auf dieses Löwenwesen zugegangen bist, als wäre es ein Häschen. Ja, aber das Löwenwesen war auch kein Drache. Spike ist ein Drache, vor dem hast du auch keine Angst. Ja, weil er auch kein großer, gigantischer, schrecklicher, zähneknirschender, scharfschuppiger, horntragender, rauchschnarchender, ein Ponyschleiferschwinder, total ausgewachsener Drache ist. Aber wenn du solche Angst vor Drachen hast, warum hast du dann nichts gesagt, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben? Ich habe mich zu sehr gefürchtet. Doch! Aber wir haben doch alle Angst vor diesen Drachen. Ich nicht! Wir haben fast alle Angst vor diesen Drachen. Wir sind es der Prinzessin schuldig. Also geh jetzt zusammen mit Twilight da rein und zeig sie ihm! Ich, ich, ich kann es nicht. Oh Fluttershy. Ich gehe jetzt da rein. Wahrscheinlich weiß er überhaupt nicht, was er da macht. Oder? Ja, genau weiß er das. Bist du hier, Drache? Entschuldigung. Hallo, Drache. Oh, gut. Du bist wach. Erlaubst du, dass ich mich kurz vorstelle? Mein Name ist Twilight. Sparkle. Meine Freunde und ich wohnen hier in Equestria. In Ponyville, um genau zu sein. Wir wollten dich fragen, ob du dein Nickerchen woanders halten kannst. Es ist so, dass du leider ziemlich heftig schnarchst. Und jedes Mal, wenn du das tust, stößt du eine riesige Rauchwolke auf. Equestria kann nicht 100 Jahre lang in diesem Rauch existieren. Kannst du das verstehen? Tust du es? Könntest du an einem anderen Platz schlafen? So viel dazu, dass man ihn überzeugen kann. Und was jetzt? Offensichtlich verlangt diese Situation ein bisschen Pony-Charme. Ihr gestattet, Mädels? Entschuldige bitte, wenn ich störe. Aber ich kann unmöglich nach Hause zurückkehren, ohne dir vorher gesagt zu haben, was für hübsche Schuppen du hast. Es ist eine Schande, dass diese leuchtenden Schuppen 100 Jahre lang in einer dunklen Höhle liegen sollen. Ich an deiner Stelle würde mit dem Schlafen aufhören und auch mal rausgehen. Zeig deine Schuppen! Und während du weg bist, kann ich gern deine Juwelen im Auge behalten, wenn du erlaubst. Ich war ganz nah dran, ein Juwel abzustauben. Wolltest du nicht den Drachen loswerden? Oh, ja, natürlich. Was zum Hafer... Herzchen, das ist total lächerlich. Ja, das ist richtig. Zusammen lachen vereint alle Lebewesen. Ihr werdet sehen. Hi! Hi! Ich glaube, er lacht nicht so gern wie ich. Auch nicht zusammen. Okay, das reicht. Wir haben es mit Überzeugungskraft, Charme und dem, was Pinkie Pie veranstaltet hat, versucht. Und wir verschwenden hier eine Menge Zeit. Jetzt gehe ich rein. Rainbow! Nein! Nein! Hauch! Tschurigos! Oh! 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 Wie kannst du es wagen? Was? Bildest du dir ein? Jetzt hör mal zu, Drache! Nur weil du groß bist, darfst du dich hier nicht wie ein Rüpel aufführen! Du hast vielleicht scharfe Zähne und Schuppen, schnarchst Rauch und speist Feuer, aber jetzt hörst du mir gut zu! Eines darfst du nicht! Du darfst auf keinen Fall meinen Freundinnen wild tun! Hast du das verstanden? Gut! Aber das Regenbogenpony hat mich getreten! Und das tut mir auch wirklich furchtbar leid! Aber du bist größer als sie und hättest es besser wissen müssen! Und du müsstest wissen, dass deine Schnarcherei eine Gefahr für die Gesundheit anderer Lebewesen darstellt! Aber ich... Schluss! Komm mir jetzt bloß nicht mit aber ich! Also, was willst du zu deiner Verteidigung sagen? Ich wiederhole! Was willst du zu deiner Verteidigung sagen? Alles gut, Drache! Du musst nicht weinen! Du bist kein schlechter Drache! Du hast einfach falsch gehandelt! Pack jetzt bitte deine Sachen und such dir einen anderen Platz zum Schlafen! Mehr nicht! Ja! 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 Fluttershy! Ich wusste, dass du es kannst! Ich wusste, dass du es kannst! Ah! Jetzt komm gefälligst her! Wie schafft es Fluttershy nur mit euch fertig zu werden! Spike! Achtung! Nur Tiere! Mit Vergnügen! Liebe Prinzessin Celestia! Ich freue mich dir mitteilen zu können, dass der Drache unser Land verlassen hat! Und dass es meine gute Freundin Fluttershy war, die ihn überzeugt hat! Ich habe gelernt, nie mein Vertrauen in meine Freunde zu verlieren! Sie können einem unglaublich viel Kraft geben und sich gegenseitig helfen, die schlimmsten Ängste zu überwinden! Deine treu ergebene Schülerin, Twilight Sparkle! Twilight! Das musst du dir ansehen! Nur noch fünf! Dann hält Rainbow einen neuen Rekord! 347! 348! Ein Drache! Warum lacht ihr denn? Der schreckliche Drache ist zurück! Pinkie Pie, du hast mir Angst gemacht! Ich meine, du hast meine Konzentration gestört! Ist in Ordnung, Rainbow Dash! Nicht jedes Pony kann so tapfer sein wie ich!